Das Stadtarchiv Düsseldorf ist das historische Gedächtnis der Stadt. Viele Schätze vom Mittelalter bis heute schlummern in unseren Magazinen. Die Zeit des Aufstiegs zur Großstadt, zur rheinischen Industrie- und Handelsmetropole und zum Schreibtisch des Ruhrgebiets im 19. und 20. Jahrhundert ist bei uns durch besonders umfangreiches und vielfältiges Material dokumentiert. Doch wir im Stadtarchiv haben in unserem Datenpaket alles über das alte Rheinufer. Wir stellen zum Beispiel Baupläne, technische Zeichnungen und Straßenkarten, ebenso Fotos aus der Zeit und Zeitungsartikel zur Verfügung. Wir sind gespannt, was ihr daraus macht.